Es gibt nicht viel, worauf ich mir etwas einbilde. Dass ich, seit ich zwölf Jahre alt bin, weiß, dass die Hauptstadt der Brunei Banda-Serie-Begawan ist, ist eine Sache. Dass ich am Geruch seines Haufens sagen kann, was mein Hund zu Mittag hatte, eine andere. Dass ich ihn mittags füttere, macht dieses Talent in meinen Augen nicht weniger beeindruckend. Umso mehr freute ich mich, als mein Freund Volker vor kurzem voller Ehrfurcht sagte, so gut wie Alex hat noch nie jemand Dr. Biber gespielt. Ich hatte eine Takturpause und besuchte ihn und seine Freundin in Erlangen. Volker ist Teil meiner ehemaligen Münchner Brettspielrunde und wenn es darum ging, Arbeiter zu platzieren oder möglichst schnell Heiligtümer zu bauen, war ich absolut chancenlos. Doch wenn ein Gummiband aus einem Unterarm entfernt werden muss, keine Sorge, Volker, da ist Dr. Alex, dein Mann. Genau acht Jahre zuvor war ich schon mal in Erlangen gewesen, um mir Wohnungen anzuschauen. Ich hatte von der Universität eine Zusage zum Medizinstudium erhalten und wollte Arzt werden. Erlangen ist die Stadt, die ich Freundinnen und Freunden aus Amerika zeigen würde, wenn sie mich fragten, wie Deutschland ist. In Bahnhofsnähe streiten sich McDonalds und Burger King um die Deutungshoheit. In der Innenstadt tun die Kirchen das Gleiche, nur mit mehr Tradition. Irgendwo präsentiert man stolz Reste einer ehemaligen Stadtmauer, als Trümmer einer Zeit, in der die Menschen genauso grausam zueinander waren wie heute, mit denselben Vorwänden und Rechtfertigungen, nur mit schlechterer Gesundheitsversorgung und ohne Internet. Ich würde Erlangen aber auch vorzeigen, weil es abseits dieser Unwichtigkeit einen eigenen Charme entwickelt hat als Studentenstadt, mit wenigen Autos, vielen Kneipen und natürlich gewachsenen Plätzen. Erlangen sollte es werden 2011. Es war die einzige Uni, die mich angenommen hatte. Im Jahr zuvor war ich in München etwas durchgedreht. Ich wohnte mit meiner damaligen Freundin Lena in der Nähe des Kieferngartens, einer Ecke Münchens, die vor allem die Fans von 1860 München kennen, weil ihre U-Bahn auf dem Weg zur verhassten Allianz-Arena kurz vor dem Ziel dort vorbei fuhr. Die Fans des FC Bayern kennen nur die etwas nördlichere gelegene Autobahnausfahrt Fröttmanning und das Parkhaus neben dem Stadion, aus dem sie mit ihrem SUV immer so schlecht rauskommen. Offiziell gehört all das noch zu München, aber so angefühlt hat es sich nie. Wir konnten uns selten motivieren in die Stadt zu fahren und das eigene Viertel bestand aus zwei Doppelhaushälften einer Tanke, einem Aldi und einer Bushaltestelle. Was anderes konnten wir uns schon damals in München nicht leisten und irgendwann wollte ich nur noch weg. Mein Studium forderte mich nicht in der Art, wie ich es mir gewünscht hatte. Nach der Zwischenprüfung hatte ich die Schnauze endgültig voll. Ich hatte die mündliche Prüfung in Skandinavistik mit 1,0 bestanden und als ich meine Dozentin anschließend fragte, wie das sein könne, ich hätte doch zwei oder drei Thesen aufgestellt, die sie in unserem Gespräch widerlegt habe, antwortete sie, ja, aber sie haben Thesen aufgestellt und sie verstehen, warum man denen nicht komplett folgen muss. Aber das ist doch Grundvoraussetzung, wenn man sich mit einem Stoff beschäftigt. Das kann doch nicht für so eine Note reichen. Sie würden nicht glauben, wie viele hier reinkommen und das Geburtsdatum von August Strindberg als These aufgestellt haben. Ich nahm mir vor, Medizin zu studieren. Ich hatte in jener Phase viel Scrops geschaut, eine sehr lustige Arztserie und ich wollte etwas tun, das Menschen wirklich hilft. Beides an sich sehr nachvollziehbare Dinge, aber in der Kombination keine Basis, um wichtige Entscheidungen zu treffen. Du hast auswendig lernen, sagte Lena. Wie willst du das Studium schaffen? Aber wäre ich nicht ein toller Arzt? Das wärst du, sagte sie, und ich finde es toll, dass du das machen willst. Aber hast du dir das gut überlegt? Das hatte ich nicht. Aber es hielt mich nicht davon ab, meine Jugendflamme Tanja zu fragen, ob ich einige Tage bei ihr in Erlangen unterkommen und Wohnungen suchen dürfte. Da bin ich aber so lange im Allgäu, sagte sie und drückte mir die Schlüssel in die Hand. Die erste Wohnung war ein Kellerapartment in der Nähe des Main-Donau-Kanals. Ist das noch Erlangen? fragte ich die Vermieterin. Offiziell schon, antwortete sie. Vor dem Fenster liefen einige Löwenfans vorbei. Die kleine Einliegerwohnung war viel zu eng für meinen Hund und mich, also brach ich der zierlichen Vermieterin das Herz und sagte ab. Auf dem Rückweg spürte ich eine große Erleichterung. Ich wollte schon unbedingt Arzt werden, hörte ich mich für den Rest meines Lebens sagen. Aber das Zimmer in Erlangen war ziemlich dunkel und echt abgelegen. Was hätte ich denn tun sollen? Schon 2010 hatte ich im Klinikum Schwabing mein erstes von drei geforderten Pflegepraktika absolviert, das die Universitäten den Krankenhäusern schenken, damit die nicht so viel Personal bezahlen müssen. Nein, also als Arzt machst du eigentlich nichts von dem, was du gerade tust, sagte Nadine, eine der Schwestern zu mir, während wir einer alten Dame ihre Morgenwäsche verpassten. Da bist du die meiste Zeit im Büro und schaust Patientenakten an. Darf ich da dann eigene Thesen aufstellen? Na ja, eigentlich nehmen die meisten hier einfach das Geburtsdatum des Patienten. Dabei hatte ich mich gerade endlich wichtig und gebraucht gefühlt. Morgens lief ich mit Mando Diar im Ohr die langen Gänge der Klinik entlang und freute mich darauf, gleich meine gestärkte Arbeitskleidung anzuziehen. Ich lief aufrechter als in den Monaten zuvor, in denen Lena und ich uns viel gestritten hatten und ich mich sowohl von ihr als auch von meinem Studium entfernte. Sie war auf Familienbesuch, während ich jeden Morgen um fünf den Weg aus der Heidemannstraße nach Schwabing antrat, um bettlägerischen Menschen das Frühstück zu bringen. Ich wischte, stützte, wendete, ich puderte, verabreichte, rollte und immer wieder wischte ich. Ich war auf der Infektiologie gelandet, mit all ihren Viren und Bakterien. Die Hälfte der Zimmer durften wir nur mit Schutzanzug und Maske betreten. Nie wieder in meinem Leben habe ich so viel Durchfall auf so engem Raum gesehen wie dort. Andererseits war ich auch noch bei keinem politischen Aschermittwoch der CSU dabei. Grundlegende Dinge, wie das Desinfizieren von Händen, erlebte ich als Offenbarung und führte sie voller Elan aus. Endlich keine Sekundärliteratur mehr wälzen und Arbeiten schreiben, die ich ohnehin niemand lesen würde. Endlich etwas tun, das mich ausfüllte und anderen Menschen half. Alles war neu, alles war schön. Scrubs hatte ganze Arbeit geleistet. Ich liebte das Krankenhaus. Das war nicht immer so. Als meine Mutter 1999 zum letzten Mal in die Klinik gebracht wurde, weil der Krebs doch wieder aufgetaucht war, besuchte ich sie seltener als meine Schwestern. Meistens redete ich mich damit raus, dass ich noch für die Schule lernen musste, aber dann fingen die Sommerferien an. Ich sollte ab September aufs Gymnasium gehen, damit aus mir mal was werden würde. Doch zunächst würde eine Halbweise aus mir werden und ich wusste es und hielt es nicht aus. Ihre Perücke war im Kopfkissen verschoben, ihr Gesicht war blass. Hatte diese Frau mich übers Knie gelegt, mit uns Kastanienfiguren gebastelt und auf ihrem alten Kassettenrekorder Puerlieder aus dem Radio aufgenommen? Fahren wir heute noch ins Krankenhaus? Fragte ich meinen Vater, wenn er übermüdet vom Arbeiten kam. Ich glaube, heute schaffen wir es nicht, antwortete er. Tut mir leid. Passt schon, sagte ich und verzog mich in mein Zimmer, um an irgendwelchen fiktiven Fußballtabellen rumzurechnen. Sie auf dem Friedhof zu besuchen, fiel mir leichter. Während meiner Abiturphase jobbte ich in einer der Erholungskliniken für Mütter und ihre Kinder, von denen es in meinem Heimatort Scheidegg so viele gibt wie Kirchen in Erlangen. Am frühen Abend lief ich von der Siedlung am Bergwald einmal durch das Dorf, quer über den Friedhof und auf der anderen Seite aus dem Ort raus. Beihilfe zur Nacht nannte sich meine Tätigkeit und sie bezog sich hauptsächlich darauf, anwesend zu sein, falls die diensthabende Arzthelferin nachts jemanden behandeln muss und gleichzeitig jemand an der Rezeption etwas will. Ich war da, damit meine Kollegin oder mein Kollege nicht alleine war. Eigentlich ein schöner Beruf. Meistens saßen wir im Büro, spielten Harz oder Minesweeper auf dem Computer und unterhielten uns. Warum bist du am Wochenende nicht beim Feiern, sondern hier, war die häufigste Frage. Hätte ich damals schon den Trick mit den Geburtsdaten genannt, hätte ich ihn als These vielleicht das meiner Mutter genannt. Damals sagte ich das, was ich meistens sagte. Keine Ahnung, weil ich helfen will? Meine wahren Motive kenne ich heute nicht mehr. Vielleicht wollte ich wirklich Müttern helfen, weil ich gegen die Krankheit meiner eigenen machtlos war. Oder schon mal fürs Studium sparen. Das geile Knuspermüsli in der Vorratskammer der Klinikkantine hatte sicher auch was damit zu tun. Die Rundgänge, die ich nachts durch die leeren Gebäudekomplexe machen durfte. Der Chlorgeruch des Hallenbads, dessen Bewacher ich im fahlen Grün der Notausgangsschilder war. Ich gehöre ohnehin zu den Menschen, die sich ihre Motive meist erst im Nachhinein bewusst werden. Wollte ich Arzt sein, weil ich Menschen helfen möchte? Oder weil der Beruf durch die Serien meiner Jugend idealisiert wurde? Wollte ich Skandinavistik studieren, weil ich Sprache schon immer toll fand? Oder brauchte ich ein zulassungsfreies Fach, weil ich zu blöd war, die Einschreibefristen für Theaterwissenschaft in Freiburg richtig zu lesen? Weil ich Lust auf literaturwissenschaftliches Arbeiten hatte? Oder weil bei Goodbye Deutschland auf Vox eine deutsche Arztfamilie begleitet wurde, die nach Pajala an der schwedisch-finnischen Grenze ausgewandert ist? Andere Leute scheiterten beim Versuch, in Spanien eine Bar zu eröffnen. Irgendein Typ erzählte, wie er in seiner Lodge in Amerika heldenhaft Tiere schießen geht. Und der Arzt, seine Frau und seine Tochter wurden gezeigt, wie sie morgens im Dunkel der Polarnacht aus einem Holzhaus gingen. Es ist schon eine Umstellung. Gerade im Winter, sagte er in die Kamera. Dann drehte er sich um und fragte eine Patientin auf Schwedisch, was ihr fehlte. Dann kamen noch die Landschaften, die ich aus dem schwedischen Kitschfilm wie im Himmel kannte. Und dann war klar, dass ich das auch will. Das würden mir mit dem Studium ein Arbeitsplatz in Lapland und die Schlüssel für ein altes schwedisches Holzhaus mit offenem Kamin überreicht. Dem war nicht so. Auf dem Rückweg durchs Dorf hielt ich immer am Grab meiner Mutter und erzählte ihr, in welches Mädchen ich gerade verliebt war. Und was ich ihm alles an Gefühlen bieten könnte, würde mir nur endlich einmal eins eine Chance geben. Ich bat sie um Rat im Umgang mit unserer Stiefmutter und gab der grauen Sonne auf ihrem Grabstein zum Abschied einen Kuss. Vielleicht kommt von diesen klirrenden Morgen auf dem Friedhof meine Tendenz, nicht nur für mich zu denken, sondern auch für mein Gegenüber. Ich gehe bevorstehende Gespräche meist so lange in meinem Kopf durch, bis die Realität wirklich gar keine andere Möglichkeit mehr hat, als einem der Fäden zu folgen und es jedes Mal doch nicht tut. Ein paar Jahre später erzählte ich ihr, in welche der Schwestern im nahen Lindenberger Krankenhaus ich mich während meines zweiten Pflegepraktikums verliebt hatte, denn verliebt musste ich immer sein. Auch das war mir von diversen Serien so vorgegeben worden. Meine Motive, nicht Medizin zu studieren, kenne ich gut und ich kannte sie überraschenderweise schon damals. Ich hasse auswendig lernen. Ich habe in Erlangen keine Wohnung für meinen Hund und mich gefunden, hätte mir also ein Auto anschaffen oder ihn abgeben müssen. Ich hätte kaum noch Zeit gehabt für Auftritte und Kunst. Ich hasse auswendig lernen. Ich hätte kein BAföG mehr bekommen, weil ich schon zu lange Skandinavistik studiert hatte und oh Gott, ich hasse auswendig lernen. Also ließ ich meinen Studienplatz verfallen. In Krankenhäusern bin ich heute nur noch, wenn es sich absolut nicht vermeiden lässt. Wenn mein Kreislauf an einem Sonntagmorgen nicht vorhanden ist und ich mir beim in Ohnmachtfallen die Lippe blutig schlage zum Beispiel oder wenn ich an einem Nachmittag auf dem Weg in den Hinterhof umknicke und mir das Außenband reiße. Dann sitze ich in einem der Wartenräume des Klinikums Schwabing und schaue mir auf dem Fernseher über der Tür zwei komplette Wiederholungen von grottigen Fußballspielen hintereinander an. Im zweiten spielt 1860 München. Geht hier irgendwas voran, fragt ein schlecht gelaunter Mann. Offiziell schon, antworte ich ihm. Ich humple los, so aufrecht wie möglich, durch die ehrwürdigen Korridore meines Krankenhauses. Ich kenne mich hier aus, sagt mein Gang und die Wende raunend zurück. Wir wissen, wir werden uns immer an die Zeit erinnern, als du fast Arzt geworden wärst. Nach Pajala habe ich es nie geschafft. In Schweden komme ich jedes Mal kaum aus Stockholm heraus, wo ich immer meine Kommilitonin Franzi besuche, die irgendwann ausgewandert ist, ohne dass Vox das interessiert hat. Aber wenn es irgendwann doch eine Serie über sie gibt, studiere ich vielleicht auch noch mal Theaterwissenschaften und arbeite mit Migrantinnen und Migranten in Theaterprojekten zur Inklusionsförderung. Das ist schließlich auch eine sehr schöne Art, Menschen zu helfen.